Was bist du? HUNDENKOPF! Ich sollte ihr Vater sein. Scheiss Wichser. Doktor, Doktor oder Ultra, Ultra? Doktor. Mit wem redest du? Redest du mit mir oder mit dem Kieber? Wenn du was verpasst. Von wo komm ich denn jetzt? Komm ich von da? Ja. Dann müssen wir da her. Ich glaube ich weiß was jetzt kommt. Oder? Das ist der Doktor von Ort, Lass. Hahahaha. Das ist klar. Kraut. Kraut ist immer gut. Und Flinten Munition, Alter jetzt. Jetzt gehts rund. Jetzt gehts rund. Ich mach vielleicht zu, du. Sautrot, Lass. Jetzt kommt der... Warte mal. Bevor ich dann Blödsinn mach. Oh nein, da komm ich eh nicht durch. Was ist das? Alles muss genau angeschaut werden. Alles ganz genau anschauen. Ja. Ja, da ist... Starke flüssige Chemikalien. Oder jetzt brauche ich ja... Äh... Nein. Schießpulver. Nein. Immer wenn du es brauchst. Wenn du es nicht brauchst, was ist dabei. Wenn du es brauchst, ist es in der Kiste. Ja. Achso, die Tür ist zugegangen. Fah dann. Komm raus raus und dann bring ich da auch nicht mit der Schrotflinte auf. Sieh raus. Was? Alter, machen wir es. Ein kleiner Deputat. So ein einiges sein. Kann ich da noch was mitnehmen? Was ist das? Achso, das sind die Lampen. Der Grif. Da hast du ein bisschen. Ja, viel. Soll ich mir noch eine Medikip machen? Kann ich mir überhaupt mehr machen als drei. Ich weiß gar nicht. Gut, dass die Dose noch nicht offen ist. Ja. Jetzt stellen wir die... Jetzt stellen wir die da um. Nehmen wir das oder die Mähuwens Munizierung. Na ja, wo wollen wir schießen? Gut, das ist ein kleineres Ecken-Uhr. Ah, geht. Achso, das braucht aber auch ein eigenes... Eee, wurscht. Wir werden sicher ein Medikip gleich brauchen, weil... Ich weiß, was jetzt kommt. Ich bin nicht dritten im Motorrad. Jo. Schisspulver! Haha! Gleich kombinieren. Kombinieren die. Ja, aber die von der Storken. Aber die heben wir sie auf. Für so ein scheiß Vieh. Nehmen wir mal die... Normale Munition für den Fahrer. Aber jetzt kriegen wir ja sowieso... Halt da unten nix übersehen, weil ich nicht, dass mich der jetzt attackiert und ich komme da nicht mehr hin. Ich bin schade sauber. Ich bin so sauber. Ich bin so sauber. Sehr sauber, ja. Klinisch rein nennt man das. Von dem Boden kannst du locker essen. Ich bin so sauber. Du bist so sauber. Du bist so sauber. Du bist so sauber sogar gesehen, dass du vorhin. Wollen wir einen Schlangen schliessel? Wollen wir schliesseln? Wollen wir schliesseln? Wollen wir schliesseln? Du kannst hier nicht raus. Ja klar, eh viel Zeit zum Weg rennen wieder. Boxen kannst du mir noch anders vor, oder? Knobter nehm ist auch vorbei. Mit beiden Fällen. Ich mag nicht, wer das was in dir schreckt weiß. Ah du Trickser. Baby. Woe. Soine. Ja klar, Vater. OIlla. Aaaaaaaaa. Aaaaaaaaaa. OIlla. Komm. Was hat denn die für Angriffsfolgen jetzt gehabt? Du. Schichter, OIll. Du Schichter, OIll. Du Schichter, OIllte Drickser. OIllte. Flichter, die HÄnd. Ich hab das geknallt. Alter weißt du was ich jetzt scheiße trage. Jetzt fehlt es ja ein paar Meter Schrottflinken ins Gesicht. Na gut. Munition haben wir eigentlich ja eh. Also besser Munition kannst du nur für die Pistole machen. Ich glaube. Achso, jetzt muss ich eh wieder. Du da rauf. Oh ja. Da muss ich noch mehr rein. Da kriege ich das. Ah. Starke erste Hilfe hat's. Nein. Dann mach ich mir. Machen wir. Normale Munition. Oder brauchen. Oder weiß ich nicht. Machen wir. Scheiß drauf machen wir sie. Verbesserte Pistolen Munition. Der Fernseher traut sie auch. Und noch ein normales Medikit. Wir brauchen sie eh. Was war da? Achso. Eigentlich warst du jetzt du dran gewesen. Nein. Du kannst hier nicht. Halt die Schnauzen. Hahahaha. Ahahah. Entschuldigung. Joot mit der Brüten. weh Wo? Erste Hüpfel! Erste Hüpfel! Erste Hüpfel! Wie ist er denn? Echt? Erste Hüpfel! Erste Hüpfel! Warte, wenn dir die Sauermit riecht mit dem Sack da... Warte, komm! Er ist kein Medikett mehr jetzt. Was ist das? Das ist jetzt aber nett, die ich anstehende. Was wird das jetzt? Lass uns damit verblühten oder was? Soll ich mir das jetzt am Kopf schmeißen oder? Ich bin die Schuhe von der Kiste. Ich bin die Schuhe von der Kiste. Aber du kriegst das nicht mehr so. Ich bin die Schuhe von der Kiste. 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 Du bist da auch wieder Nicht aufgeben, du bist da auch schwer Ernstl Gib mir Ruhe Ernstl Im Magen Im Magen nimmer Fürher ist Schluss Du darfst dich verabschieden Wir müssen uns eh beide Servus Tschüss